Internationalen Journalisten in Istanbul sei mit dem Militärputsch gescheitert, jetzt setze sie ihr Treiben in den USA fort. Türkische Medien betreiben seit Wochen eine Kampagne gegen den Westen. Die Zeitung Yeni Safak warnte unlängst auf ihrer Titelseite, die NATO bereite einen Angriff gegen die Türkei vor. Lasst uns aus der NATO austreten wurde in der Türkei zu einem Trend auf Twitter. Für Erdogan dürfte es trotzdem schwierig werden, den Prozess in New York als Verschwörung aus dem Ausland zu diskreditieren. Sollte Zarab am Montag gegen ihn oder seine Vertrauten aussagen, dann könnte die Regierungspartei AKP auch in der Türkei an Unterstützung verlieren. Noch schwerer als ein Image-Schaden dürften für Erdogan mögliche Sanktionen gegen türkische Banken wiegen. Mehmet Hakan Atela, der Vize-Chef der staatlichen türkischen Halkbank, steht am Montag mit vor Gericht. Seine Bank soll, ebenso wie fünf weitere türkische Geldinstitute, Zarab, bei dessen mutmaßlich illegalen Machenschaften geholfen habe. Die türkische Konjunktur ist in den vergangenen Monaten in Stocken geraten. Die Lira befindet sich im Vergleich zum Dollar auf einem historischen Tiefstand, die Inflation wächst. Sollte das New Yorker Gericht mehrere türkische Banken zu Strafzahlungen in Milliardenhöhe verurteilen, dann, so glauben Ökonomen, könnte das die türkische Wirtschaft endgültig in die Krise stürzen und damit auch die Regierung Erdogan. Sollte das New Yorker Gericht